hey leute herzlich willkommen zu einem neuen video ich möchte euch heute zeigen wie man bei springfield in kurzer zeit sehr schnell sehr viel geld machen kann hier seht ihr meine springfield stadt sieht noch ein bisschen wüst aus weil ich alles wild durcheinander gebaut habe und zwar findet bei springfield aktuell das so event statt ist immer ein bisschen ran ich habe das ganze noch nicht abgeschlossen und befinde mich aktuell noch weiter drei wir haben ein zoo geklaut das ganze funktioniert auch nur wenn ihr noch nicht die zum auch platziert habt wie ich das in diesem fall getan habe kann man die springfelder hier die arbeit schicken zu den emus immer bekommt wenn man die spring viele zu den emus schickt nach sechs sekunden 35 geld und ein erfahrungspunkt zusätzlich bekommt ihr noch einen bonus wenn ihr in eurer nobel gegend zum beispiel hier verschiedene willen gebaut habt ein geschäftszentrum dann bekommt ihr dementsprechend auch noch einen bonus auf eure ganzen jobs ich bin aktuell bei einem bonus von 150 prozent bekommen dementsprechend nicht nur 35 geld sondern wesentlich mehr ich demonstriere euch mal den trick seht unten den kontostand bei 21 349 und jetzt schicke ich einfach mal meine springfield an die arbeit so meine springfielder gehen jetzt alle zu den emus wollen den job verrichten wie gesagt das ganze dauert ein klein wenig ihr seht die daumen gehen nach oben viele haben schon den job verrichtet wir warten aber noch einen kleinen umblick bis noch mehr daumen nach oben zeigen so jetzt seht ihr unten den kontostand ich klicke einmal drauf und wir sind bei 24 493 das ganze kann ich beliebig oft wiederholen wie gesagt ihr seht hier wieder neue daumen und der konstant steigt rasant in die höhe wie gesagt probiert es einfach mal aus bei euch das ganze müsste bei anderen events auch funktionieren ich habe bereits beim vor event habe ich das ganze auch gemacht es hat auch geklappt wie gesagt ich würde mich freuen wenn ihr uns hier einen daumen nach oben gibt und uns mit ein abo unterstützen würde wenn ihr fragen habt schreibt es einfach in die kommentare ich wünsche euch viel spaß mit dem trick und bei weiteren gebäude kaufen bis dann viel spaß haut rein ciao ciao